Herzlich willkommen zum Forza Talk. Heute habe ich die Gewinnerin, eine der Gewinnerinnen vom Büttenbettel da. Sie ist in der Gutsherrengarde der Siglitzer Bürgerfastnacht, die übrigens auch die 25-jähriges Jubiläum feiert. Und sie steht seit einigen Jahren in der Büt der Bürgerfastnacht. Und vor allen Dingen gehörst du neben Marie Großer von der Florian Gessner Brunnenzeche zu den Siegerinnen des Büttenbettels aus der vergangenen Woche. Herzlich willkommen, Charlotte. Hallo. Hallo. So, Gewinnerin des Büttenbettel. Wie fühlt sich das denn so eine Woche später noch an? Es ist natürlich immer noch ganz aufregend. Man wird von total vielen Leuten darauf angesprochen, von Mitschülern, von den Lehrern. Ich war sogar auf der Homepage von meiner Schule und das natürlich total unerwartet, der Sieg auch. Aber der beste Moment war natürlich immer noch der Moment, als dann die Siegerehrung war und ich gewinnen durfte. Auf welcher Schule gehst du? Auf die Marienschule. Ah, wunderbar. Ja. Wunderbar. Schreibst du deine Reden selbst? Nein, tatsächlich nicht. Ich schreibe sie mit meinem Papa zusammen. In dem Moment auch. Also in dem Zuge auch. Herzlich willkommen, lieber Chris. Vielen Dank. Dann auch gleich eine Frage an dich. Wie sammelst du die Ideen für diese Reden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt zum Beispiel die Idee für die Rede vom Büttenbettel sehr spontan abends sich entwickelt hat. Wir saßen tatsächlich als Familie komplett am Abendessentisch. Und das war vor drei Jahren tatsächlich. Also die Rede ist schon drei Jahre alt. Und da war das Thema Fridays for Future ein riesengroßes Thema. Und wir saßen zusammen und Charlotte war gefragt worden, ob sie denn eine Büttenrede halten möchte für die Sigelser Bürger Fastnacht. Und aus einem spontanen Moment heraus entstand auf einmal diese Idee mit For the Future for Future. Darauf wurde dann diese ganze Büttenrede aufgebaut. Ja, aber wie sammelst du sonst? Ich meine, sie steht ja schon länger, mehrere Jahre in der Büt. Wie sammelst du die Ideen? Also aus dem Fernsehen, aus dem Radio, Zeitung? Machst du dir Notizen? Wir probieren tatsächlich das so ein bisschen auch an ihr zu orientieren. Das soll heißen, Erlebnisse, die sie macht oder Erfahrungen, die sie macht. Weil wir halt auch wollen, dass es authentisch ist. Also wir sind nicht ständig am Sammeln, sondern das sind wirklich spontane Sachen. Und wir schauen, was passt zu ihr und was passiert in ihrem Leben vielleicht auch oder in unserem Leben und probieren, das irgendwie in die Büttenrede mit einzubauen. Super. Charlotte, seit wie vielen Jahren stehst du in der Büt? Also ich war tatsächlich erst einmal in der Büt vor drei Jahren bei der Fremdensetzung in Sigels. Und dann kam ja Corona, ganz lange Lockdown. Und jetzt wurde ich vom Verein nochmal angesprochen, wurde auf das Büttenwettel aufmerksam gemacht und die haben mich gefragt, ob ich nochmal mitmachen will. Und ich dachte, das ist eigentlich eine super Chance, damit nochmal anzufangen. Super. Ja, was sind denn so deine nächsten Ziele in der Vorsitz von Völschvoll? Ich habe mir da eigentlich gar keine festen Ziele so gesetzt. Ich finde, beim Fasching geht es eigentlich um den Spaß und dass man das macht, was einem gefällt und ja, dass man authentisch bleibt. Und ich finde einfach, dass ich einfach gucke, wie ich das weiterführe und ja. Super. So, am 4. Februar ist die Sigelser Fremdensitzung im Bürgerhaus. Verrätst du uns ein wenig, was du da in der Büt so erzählst? Ja, so viel kann ich doch noch nicht so sagen. Das ist ja noch ein kleines Geheimnis. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es so ein bisschen um den Generationsstreit geht zwischen Jung und Alt. Aber den Rest könnt ihr dann auf der Fremdensitzung sehen. Gut, also ich bin schon ganz gespannt und ganz neugierig. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Bleibe da fast nach treu. Schreibe weiterhin mit deinem Vater zusammen ganz, ganz tolle Reden. Wir freuen uns natürlich auf die Fremdensitzung, um dich wieder zu hören. Und ja, und vielleicht bist du nächstes Jahr ja wieder dabei beim nächsten Büttenbettel im Kreuz. Das habe ich. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat Spaß gemacht, wie immer. Und es soll ein Ansporn sein. Bewerbt euch doch einfach auch mal zu unserem nächsten Büttenbettel.